Hallo... ... ... Alter... ... ... ... ... ... ... ... ich will dich so laut die weib bitte ja wir waren schon er ist doch ausgeglichen was willst du denn von hinten kommt einer Das ist eine ganz coole Sache. Optisch fliegen sie noch, aber sie machen keinen Schaden mehr. Das ist hier normal. Das ist so ein Normalzustand, also beschwer dich mal nicht. Wir haben es halt also noch lauter. Man hört aber die Gegner nicht. Ja, das ist doch relativ egal. Da muss man kommen, wenn Marco da ist. Ja, du musst halt einfach mehr Reflexe aufbauen. Dann kommt mein Turbis da. Ich glaube kaum, dass du, wenn du im Handy bist, deine Gegner hörst. Ey, doch. Außer vielleicht den Kernel 100, der an deiner Zufel hängt und dich knifet. Ja, war der M16 Service da, nie wieder M16. Ist euch das eigentlich schon mal passiert, dass ihr im Handy geneift wurdet? Nein, das geht doch gar nicht. Dass der Kernel 100 kam? Stimmt, ja klar. Der Kernel 100 kommt und nifet dich im Heli. Das müsste echt gehen. Wäre echt geil, wenn du zu tief fließt, machst du hier den Crysis Jump und hängst dich ran. Lass mal was anderes spielen, oder? Lass mal was anderes spielen. Lass mal alle zusammen auf den Vetro-Server gehen. Das macht Spaß! Ja! Ja, wir rushen alle mal die Vetro. Boah, wie viele... Ah! Mann! Musstest du jetzt nicht mit der Shotgun ankommen? Was habt ihr jetzt davon? Ja, ich hatte euch grad zu schnell weggefahren. Anti! Metro! Lol, 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 lol! Mit Suppressor! Ey, super, Wiesel, suchst du Server? Ja, aber da werden wir sicherlich nicht alle raufpacken. Such mal einen, woher noch nicht viel los ist. Genau, super, 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 super. Lass mal auf ne Luft-Map gehen. Nein! Was ist denn das? Da bleibt doch für uns nix übrig. Das ist M5K-Power. Wollen wir mit irgendeiner speziellen Waffe laufen? Ja, die... Lass mal dir die Runde noch zu Ende spielen. Ja, ich spiel die Runde hier auch noch zu Ende. Nein, nicht im 16. Ich such gerade. Ich spiel nie wieder im 16. Ich auch nicht. Ich hab jetzt genau... genau 1000 Kills damit. Das muss reichen. Echt, Mark, Mark? Jetzt ist es zweit nicht! Aber da sind schon wieder die Army, Leute. Nein, fuck, das stimmt gar nicht. Nein, doch gar nicht. Anti? Ja? So, ich lad euch jetzt trotzdem einfach allein. Der Server ist doch komplett voll, das bringt doch nichts, Wiesel. Ebenbauer noch leer. Da ist nicht Leute drauf. Nein! Ach, das gibt's doch nicht! Doch, bei Roller. Es werden doch wieder Leute runtergehen, außerdem sind die scheiß fucking Army-Leute wieder drauf. Ja, dann lag er runter. Was? Aber die können wir wegfüsten. Die Army-Jungs können wir wegfüsten. Ja, wir haben angefangen. Oh! T! Oh Gott! Wir sind hier verpackt! Ich mein, wir sind doch hier Elite-Kräfte, oder? Wir sind Spezial-Chef, Juni. Ja, stimmt. VSK. Ja. Das find ich lustig. Die anderen kommen hier in die Zocken, floppen immer. Das hier klappt immer. Äh. Und scheiße, ich spiel gegen die Army-Jungs. Nuuuuuuuuuuuuuuu. Ja, deswegen gehen wir jetzt auch auf einen anderen Server. Ja, alter, vier. Ich werde tot, ich bin mal ein... Ja. Cool. Und ich mach mal ein Gruppen-Shit auf. Da passen aber nur 5 Leute. Aber was? Ich spawn noch mit mir. Zustimm nicht. 1, 2... Das aber nicht Metro-Oni. Ää. Loll, ich kann dich natürlich nicht retzten. Das sind alle Leute, die ich in meiner Liste hab. Das wird lustig. jetzt kann ich endlich wieder in 240b spielen ich mache supporter blablabla ja wiesel ich komm ja gott wieso sollen wir auf euch warten alter du kannst hinterher join wann du willst ja sorry ich will dieses lag haben lass mich doch nein es ist einfach gewertet nicht mit einem schuss nein ich habe claimer dabei fahrt was ist denn das also lustig aus ja mache ich so jetzt machen wir mal über rennungspower würde ich sagen nein ich bin wieder mit m2 ganz legal ich auch beste waffe bestes ding ich hab mich weil guckt ich muss noch 100 kills mit dem 16 machen ich kann kotzen ich könnte aber meine medifizierung gebrauchen oder ich brauche ein revive leute jetzt bei mir ist das klar dass ich supporter bin das ist ja auch dass ich nur supporter spiele das ist kein geheimnis ja klar elvis macht doch den heck aus übrigens ich empfehle nicht auf b zu gehen da ist dings dran ich bin bei ich bin bei A so die runde ist vorbei komm jetzt auf dem server und gerade eben der auf dem server ich wollte sie die die die